Hey Leute, was geht in der MC-House? So, hab ich das gesehen und dann habe ich hier so was, so ein Jump'n'Run, Super Jump war das glaube ich gesehen, das geht dann wie folgt ungefähr, so runter hier, dann machen wir hier den Sack weg, so rauf und dann rauf und dann, ja, für den Teil voll der Pro. Auf jeden Fall habe ich das gesehen und weil ich vom Kumpel den Account habe, den Minecraft-Account, kann ich das leider nicht online spielen und habe mich dann entschlossen eine neue Welt zu machen und diese neue Welt, die habe ich flach gemacht und bin zufälligerweise gleich in so einem Dorf gespawnt worden. War ganz cool, habe ich hier ganz viel abgebaut, habe ich vier Stunden hier abgebaut und das hier gebaut und habe dann im Teil im kreativen Spielmodus das hier alles gebaut und habe dann so auch durch Let's Plays gucken ein bisschen gelernt, wie das hier mit den Ender Chests geht und mit den, mit den, hier, Minecart oder wie sich das nennt, habe ich das so ein bisschen gelernt und habe dann hier das mit dem Wasser, das man von, 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 von hohen Dingern im Teil, wenn man runterfällt, dass man hier so lalala machen kann, dann ein bisschen nach hinten und dann kann man wieder so und so weiter, ne, kennt ihr natürlich alle. Ähm, ich kenne das auf jeden Fall nicht und fand dann, äh, Superjump und so und Dropper 2 voll geil und wollte es selber nachbauen, habe ich dann versucht, äh, provisorisch, äh, das zu bauen. Deswegen nicht wundern, ich bin natürlich kein Profi oder sonstiges, aber ich habe es versucht, habe vier oder fünf Stunden gebaut und fand es dann, naja, ziemlich geil und ich muss sagen, das macht mir auch Spaß, auch wenn es jetzt mein eigenes ist, was jetzt nicht so cool ist, aber ich sterbe trotzdem. Ähm, ist aber, glaube ich, weil ich jetzt hier gerade aufnehme, auf jeden Fall hier Ender-Test, finde ich voll geil, dass es sowas gibt und habe dann hier auch so ein Ding gebaut und, ähm, ja, keine Ahnung, hier wollte ich dann noch weiterbauen, kommt eigentlich normalerweise von da oben runter, dass man hier so schnell, und so, ne, Ginta. Ja, ja, das geht komischerweise nicht mehr weg, ich kann das nicht abbauen, ähm, ich verstehe das selber nicht, also, ich baue jetzt Sand ab, da, und die gehen auch nicht mehr weg, guck mal ab, guck mal ab, guck mal ab, so, aber, naja, auf jeden Fall kann ich das, äh, irgendwie nicht bauen, und, äh, abbauen, und, ähm, ja, auf jeden Fall muss man ja hier mit diesen, äh, doppelspringen und so weiter, auf jeden Fall ist es vom Kumpel der Account, ich hab sein Passwort nicht mehr und kann das nur noch offline spielen, da sind wir jetzt doch in Version 1.52 oder so, und hab dann, ja, den Namen auch selber umnennen können und so weiter und so fort, ist alles nicht so spannend, was ich jetzt gerade schwafel, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber was ich sagen wollte, ist, ich fand das irgendwie voll cool hier, und, ähm, jetzt bin ich tot, das ist super, das wollte ich nämlich machen, ich wollte nämlich hochkommen, und fand das irgendwie genial, so, hier, das ist der Spawn Point und so, hab ich alles nur durch Let's Plays, äh, gucken, gelernt, wie das hier funktioniert und so, fand ich richtig genial, also, jetzt nicht von meiner Seite aus, aber, naja, keine Ahnung, ich wollte das einfach nur mal zeigen, ähm, dachte mal, so eine kleine Special-Folge, weil ich ja sonst nie wirklich was ja, bisschen laut, sonst nie wirklich was am PC Let's Plays so, ja, aha so, ja, jetzt fährt die natürlich wieder zurück kann ich auch nicht abbauen, ach so, scheiße so, Ender-Shast, wuhu naja, auf jeden Fall, ähm, keine Ahnung, warum ich das so zeige, aber ich wollte das einfach mal zeigen und so, und das ist total, der Sinn des, des, des Spiels hier auf jeden Fall finde ich das voll cool, und, ähm, ja, also, ob ich es jetzt schaffe uh, ich bin natürlich, oh, ich bin der Babo nein, ich bin natürlich kein Babo, ähm, weil ich das auch noch nie gespielt habe leider würde ich gern mal machen, aber es geht eben halt nicht weil ich kein Minecraft-Account habe, das müsste ich mir dann kaufen und so weiß auch nicht, wie man ein Skin reinmacht, äh, wie man Texturen-Pakete reinmacht eigentlich weiß ich wirklich gar nicht über Minecraft richtig ich spiele meistens, sind halt nur die Minecraft-Pocket-Edition-Versionen, die mache ich auch Aua als Let's Play und so und dies und das, wisst schon und da baut sich das natürlich nicht auf auf jeden Fall fand ich das voll genial, hier das so selber ein bisschen nachzubauen, wäre dann da dran vielleicht noch ein bisschen pfeilen, so ein bisschen mehr machen so ein bisschen cooler und so ähm, hier finde ich auch voll cool mit dem Wasser, das habe ich alles nur durch Let's Plays lernen, äh, gucken gelernt das finde ich voll cool irgendwie auf jeden Fall könnt ihr mal meine, äh, eure Meinung sagen, wie ihr das denn findet als ist ein Spieler, der nicht wirklich viel Minecraft spielt oder, oder wie auch immer der sich damit nicht auskennt wie denn, wie ich das denn hier so ein bisschen, äh, geschafft habe und ja es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ähm, das so zu bauen und ich hoffe es hat auch Spaß gemacht so etwas, äh, das zu gucken da unten ein paar Creeper fand ich lustig, wenn man fliehen kann also wenn man hier äh, Game Mode 1 also wenn man fliehen kann, dann, ähm, tun die Viecher einen ja nichts außer wenn man hier dann angreift und dann habe ich hier paar, paar Creeper weggesplashed yo, was geht auf jeden Fall, ähm, fand ich das voll cool und das war hier, hab ich dann auch alle Leute ausgerottet, hab ich die ganzen Türen weg gemacht und dann sind sie gestorben, ich durfte eigentlich keiner mehr da sein, ne, oder ist da noch einer ne, die Tür ist hier offen ist glaube ich keiner, ne, sind, sind alle sind alle tot, hallo ist auch keiner, ne, sind alle tot, ha 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 ähm, das ist natürlich nicht lustig und ja, das hier hab ich dann auch selber so ein bisschen gebaut und dann hier dieses runtergehen und dann hab ich hier immer so etappenweise diese Glowsdowns reingemacht und hier hab ich noch nichts wirklich rein gemacht, da dachte ich, da kann man dann irgendwas noch was rein machen und hier fallen immer die Tintenfische runter das war lustig, die Sternen dann immer ist immer so lustig gewesen beim bauen, hast du die ganze Zeit nur tsch 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 so und jetzt genießen wir noch den Sonnenuntergang und wo dann sagen, das war's dann mit dem Video das hab ich auch selber gebaut das war cool, ey, das hab ich selber gebaut und so, da sind und hier, wie runter Championships da bin ich jetzt da bin ich immer noch so ich bin ich immer noch so un so gut wird das respirator und dann il blooming und dann Strom stil und Prozent an die Faltestin geschehen der Aufliegen Prozent und 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 er hieß es ich hab's schon vergessen sie ist er also zu beantworten zu beantworten ich gern bleibt durch die immer spielen das Kripp die oder eine hat mich entdeckt und ein Gott Sprengen Sprengen und ist sehr lustig naja das ist ein schon gewesen sein tun wurde er war sie können noch mal keine Ahnung runter springen oder oder so ganz viele Viecher da so und dann ob man doppelt und hopper doppelt und Sprint dann hier und dann hat das geschafft und ein und da kommen die ganzen Splasher oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott Rennen nein nein das hat er jetzt nicht gemacht oder oh scheiße ja was ich war das nicht und jetzt hier aber komm wir müssen jetzt noch einmal schaffen in der Aufnahme komm 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 nein ganz knapp scheiße wir müssen jetzt wieder ganz knapp immer diese Kack-Ecken miau ich sag ja die Ecken die Ecken sind schuld na gut dann fahren wir eben halt noch einmal mit einem Minecart oh yeah ich kann pflegen oh nein oh nein oh 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 da kommt ja noch einer die kommen alle oh nein Gott da sind noch mehr renn 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 sprintpark oh nein oh nein oh nein oh nein komm runter 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 naja das soll es eigentlich schon gewesen sein von dieser kleinen Aufnahme auf kleiner Aufnahme wie lang geht die schon ähm fast 10 Minuten naja naja auf jeden Fall danke für zusehen bis zum nächsten Mal haut da rein ciao so das war es mit der ersten etwas anderen Aufnahme und zwar Minecraft ein bisschen vorstellen und so ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja würde ich mich sehr über ein Like oder sonstiges freuen danke für zusehen bis zum nächsten Mal haut da rein und es war mal eine volle Umstellung mal ein PC aufzunehmen anstatt sein Handy aufzunehmen aber naja egal auch immer danke für zusehen bis zum nächsten Mal haut da rein ciao